Agni-Stambha Yoga Mudrasana ist das Vorwärtsbeugen aus der Agni-Stambhasana-Stellung. Gib die Unterschenkel übereinander, indem du einen Fuß unter ein Knie gibst und das andere Knie auf den anderen Fuß. So sind die Unterschenkel übereinander gelegt wie Feuerholz. Agni-Stambha heißt Feuerholz. Von hier falte die Hände hinter dem Rücken und verneige dich nach vorne. Diese Stellung wird manchmal auch als Agni-Stambhasana bezeichnet und als Agni-Stambha Yoga Mudrasana. Sie fordert und fördert die Rotationsflexibilität in den Hüftgelenken sehr stark. Gehe deshalb sanft in der Stellung vor, sie hilft dir die Lotusflexibilität zu entwickeln.